Der Rohrspanner Bari ist eine innovative Lösung zur allgemeinen Drehbearbeitung von Rohren. Mit nur einer Aufspannung ist es möglich das Werkstück außen, plan und innen zu bearbeiten. Mit dem neu entwickelten Zwischenstück ist es nun sogar möglich die Planfläche an beiden Enden sowie den Außendurchmesser zu bearbeiten. Durch das Andrücken mit dem Rollkörner werden die gehärteten Druckbolzen nach außen gedrückt und fixieren so das Werkstück. Wie man sieht, ist auch die Planfläche auf der Spannfutterseite zur Bearbeitung zugänglich. Die folgenden Szenen sollen zur Veranschaulichung der Möglichkeiten dienen. Musik 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 Der Rohrspanner Bari Das patentierte Rohrspannsystem zur allgemeinen Drehbearbeitung von Rohren Weitere Informationen über den neuen Rohrspanner Bari erhalten Sie unter der Internetseite www.willingshofer.com Sie können uns natürlich auch gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!